Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Yo-Kai Watch, nicht Pokémon. Pokémon Yo-Kai Watch ist auch gut. Wir haben einen Hausgast und meine Eltern streiten sich und alles ist doof. Und jetzt muss ich einen Hausgast suchen, einen Yo-Kai wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal so vermuten, ne? Hallo? Wer bist du? Ja, die kennen wir doch schon aus der Demo, oder? Hallo? Entschuldigung, hallo? Hallo, Schätzchen. Du kannst mich sehen. Ja, ich habe diese Uhr, womit ich in der Lage bin... Oh, habe ich dir den Eindruck vermittelt, das würde mich interessieren. Wie kann ich dir helfen, Schätzchen? Du würdest doch keine Lady auf der Straße setzen, oder? Vielleicht. Ich denke, in diesem Fall müssen wir wohl etwas direkter sein. Wer nicht hören will... Du wirst kämpfen, hm? Du würdest doch niemals die Hand gegen eine Lady erheben, oder? Oder würdest du, Schätzchen... Hm... Erlaubt mir euch zur Seite zu stehen. Macht euch bereit, Bösewicht. Ja, klar. Das winzige Ding gegen diesen riesen... Dieses riesenlickige Slymog, oder was auch immer das ist. Ich lehre euch das Fürchten mit der Kraft von einem Dutzend Zikaden. Ähm... Ups. Es ist zwecklos, sie ist ziemlich stark. Ach, das hätte ich dir auch schon früher sagen können. Erledigt mit einem Schlag. Winzikado hatte nicht den Hauch einer Chance. Bist du fertig, Schätzchen? Ich bin zur Zeit nämlich sehr beschäftigt. Sie ist zäher, als ich dachte. Wir müssen nun wohl Plan B übergehen. Äh, zu Plan B. Lass uns so schnell wie möglich verschwinden. Wir können doch nicht einfach davonlaufen. Wir brauchen mehr Yokai-Freunde, um sie zu besiegen. Wir sollten uns mit mindestens drei weiteren Yokai anfreunden. Behalte deinen Radar im Auge. Lass uns nach draußen gehen und uns umsehen. Na gut. Ja. Okay, also wir müssen sie füttern und dann... Und dann wollen sie eher unsere Freunde sein. Oder so. Mal gucken. Mal gucken, wie das so funktioniert. Oh Miri, eins noch. Was denn? Da du nun gegen mehr Yokai kämpfen wirst, brauchst du vielleicht diese hier. Ein Plaumreißball. Cool. Du kannst ja auch im Supermarkt bekommen. Geh lieber auf Nummer sicher. Okay, das sind Items. Okay. Man kann sie ja so heilen damit. Und man... Huh. Und man kann es verfüttern an die fremden Yokais, dass sie sich eher mit einem freuen. Na gut. Also. Hallo. Yokai. Na, das klappt ja schon mal gut. Nicht. Wir haben noch keinen einzigen gefunden. Hier gibt es nichts. Ach, komm schon. Irgendwas muss doch irgendwo sein. Bis jetzt hat das Ding noch nicht einmal ausgeschlagen. Bin ich hier falsch? Ähm. Ähm. Okay. Oh, hier. Hier ist irgendwo was. Aber wo? Hallo? Yoko. Ach, da oben. Äh. Was bist du? Eine Kastanie? Nein, das ist keine Kastanie. Das ist eine Hustanie. Natürlich. Was auch sonst. Mhm. Das ist eine Kastanie. Das ist eine Kastanie. Hallo, Hustan hier. Du schließt dich mir an? Ja. Nein, noch nicht. Wie gesagt, ihr könnt eure Namen unten in die Kommentare schreiben. Ich nehme jetzt ein bisschen im Voraus auf von dem Projekt und ihr merkt dann, wenn ich Namen gebe. Ja, also schreib mir bitte nicht unter jedes Video, warum ich denn keine Namen vergebe. Das liegt daran, dass ich im Voraus aufnehme und ja, damit ich einfach, weil diese Woche stressig wird, dass ich einfach nicht mich jeden Abend hinsetzen muss und dann manchmal keine Folgen kommen, weil ich keine Zeit habe. Deswegen nehme ich jetzt ein bisschen im Voraus auf, aber sobald das fertig ist, werde ich euren Namen vergeben, wenn ihr, wenn ihr möchtet. Wieder der Baum hier. Und noch eine Hustan hier. Könntest ich die mir zweimal anschließen? Oder könntest ich mir auch die anderen, die ruft ja immer andere dazu, die könntest ich mir doch bestimmt auch anschließen. Hallo? Ja, ja, okay. Die laden sich gar nicht mehr auf. Seht ihr das? Muss ich die jetzt jedes Mal heilen gehen irgendwo? Gibt es sowas wie ein Pokémon Center? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Oh, ich habe alle bezählt. Ah, was auch immer passiert ist. Level ab für jemand? Nein. Oh, schade. Und keiner schließt sich mehr an. Ach, hier. Hier haben wir schon, äh, wie man das wieder heilt. Okay. Ultiseal stoppen? Was? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal heilen gehen. Und das, ich vermute, die grüne Flamme hier ist das Zeichen für heilen. Hoch hier. Was bist du für ein lustiges Ding? Hallo? Wollen wir Freunde sein? Hallo? Hallo? Oh, ich rede mit dir. Hallo? Und es ist grün geworden. Cool. Nein. Wenigstens geht das schneller als, als in Pokémon. Das ist ja, zack und fertig. Und in Pokémon dauert das Stunden. Aber hier irgendwo ist mein Radar ausgeschlagen. Nicht wahr? Aber wo? Hier? Das Auto? Ja, ich verstecke mich auch immer unter Autos. Ich bin gar nicht da. Du hast mich gar nicht entdeckt. Muss gar nicht weglaufen. Gar nicht. Was macht denn der für eine Handbewegung? Die Namen von den Leuten sind aber auch so gut. Ehrlich. Einer von denen wird sich mir ja hoffentlich anschließen, von den drei. Ich könnte jetzt mal ein bisschen Futter werfen. Na, reicht das? Ja, sah ganz gut aus. Winzikado ist echt stark, auch wenn es winzig ist. Schließt sich einer an, bitte. Nein, ihr Verräter. Was soll denn das? Was steht hier? Hallo. Ja, was war denn das? Mir hat sich einfach keiner angeschlossen. Von den drei. Ich habe Futter geworfen. Würde mir jemand Essen zuwerfen, würde ich... Würde ich sein Freund sein wollen. Glaube ich. Da. Huch, was bist du? Ach, die kennen wir ja schon mal aus der Demo. Das ist doch Miesmücke oder sowas. Hallo? Miesmücke. Tatsächlich Miesmücke. Oh, und es greift an. Super. Attacke! Schließt ihr euch mir an? Das gibt's... Ja! Kack, Spiel. Ich will nicht mehr. Puh, puh, puh. Niemand will mit mir befreundet sein. Und jetzt ist da nur schon wieder diese blöde Hustanie. Auf ein Neues. Oh, es sind einfach nur Hustanien. Da wird sich mir doch garantiert keine Ahnung schließen, weil ich schon einer habe. Ach, kommt schon. Vor allem die blöde Ente macht ja gar keinen Schaden. Hust, hust, ja, ja, die Hustanie hustet. Oh nein, die Hustanie hat Halsschmerzen und ist daran gestorben. Leute, wenn ihr Halsschmerzen habt, geht zum Arzt, man kann daran sterben, so wie die Hustanie. Na, dann level ich eh mal ein bisschen, ist doch super. Hallo? Hallo? Wenn da schon wieder eine Hustanie ist, dann geh ich. Oh nein, das ist eine Miesmücke. Hallo? Ich fand das gut nachgezeichnet. Was ist denn heute los? Ich kann heute nichts nachzeichnen. Hups. Dass ich mir bisher noch eine angeschlossen habe, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Komm schon! So ein Kack. Was mach ich falsch? Vor allem das mit dem, was zu fressen geben, hat ja auch nicht geholfen. Wenn da schon wieder nur eine Hustanie ist, dann geh ich aber. Nein, das ist eine Miesmücke. Auf ein neues schon wieder. Wenn das so weitergeht, werde ich auch zur Miesmücke. Was war das? Hat es sich gerade geheilt, die Miesmücke? Das finde ich nicht gut. Die blöde Hustanie macht gar keinen Schaden. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, ich kann irgendwie gar nichts tun. Und schon wieder hat einer Halsschmerzen. Yes. Haha. Könnt ihr dir bitte angreifen? Jamse blockt einfach nur. Schon wieder jemand mit Halsschmerzen. Haha. Nein, Jamse, du blödi. Gerade war Ulti Seelen und dann stirbt Jamse. Komm schon. Aha. Ah. Oh wow, endlich. Und? Vorbei. Jetzt komm schon. Komm schon. Ey. Komm schon. Und komm schon. Ich hab schon einen Winzikado. Ich hab's doch schon einen Winzikado. So, schönes Ende für die Folge Dann müssen wir in der nächsten Folge nur noch ein einziges Yokai finden was sich uns anschließt Bis dahin, macht's gut und kommen morgen wieder vorbei Tschüss